Einen schönen guten Tag, hier ist mal wieder Nessie zockt auf Live in der Watz. So, wir sind immer noch hier unten. Ich will nach Hause, hab ich von heute gesagt. So, wo sind wir denn? Wir sind hier. Aha, wir müssen da weiter, stimmt's? Nee, eigentlich müssen wir da hin. Da ist ein Dorf, will ich schauen, hier ist mein Zuhause. Gut, da müssen wir hin. Oh, hier kommen wir nicht nach Hause. Müssen wir mal einen anderen Weg suchen. Hier ist auch ein Ende. Müssen wir auch nicht weiter. Müssen wir auch nichts mehr weiter, hier ist auch nichts mehr. Mist. Jetzt noch unten lang. Oh ja, jetzt geht es zum Beispiel um dieselbe Kiste, stimmt's? Genau. Oh mein Gott. Ach komm, jetzt haben wir auch mal mit. Schon wieder hat sich ein Skeletz aufgehangen. Oh, jetzt geht's. Oh, wir sind nach Hause. Ah, ihr wagt, as ich schon themra Qué her. Das ist ein karakter. Oh. so schon wieder hier hier kommst du raus? nein okay, ein bisschen Appetit halt noch ein bisschen ja, ein bisschen habe ich noch was ja, da sind die Spinnen drin ich laufe immer hier lang weiß ich, hier ist nichts mehr cool, dass ich liegen gut, wir müssen doch tiefer noch mal warte mal wir machen mal DT mal auf so isen don't youd okay da geht's weiter okay So, hier oben da ich jetzt noch weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe gedacht, das kommt hier langsam raus. Nein, danke schön. Nein, bitte. So. Wie tief bin ich noch unten? Warte mal. Mal gucken, wo ich bin. Ich gehe jetzt von weg. Ah ja. Ich höre Schweine. Ich höre Schweine. Ich höre Schweine. Ouch. Ich höre Schweine. Ich höre Schweine. Ich höre Schweine. Ich höre Schweine. Also. Also ist so much. Was ist Tonkin? Juhu! Juhu! Hallo! Nein! Nein! Mann! Hm! Oh! 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 Aber das wird scheiße, jetzt hat mein... Leider mein Eingang wieder vergessen, wo ich war. Es war im Schnee irgendwie, das weiß ich. Ich musste so schnell weg da. Ich wollte nur eins zeichnen. Gut, mal gucken, das war hier irgendwo. Stimmt's? 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 Das muss hier irgendwo gewesen sein, das weiß ich. Das war hier, das weiß ich. So weit warst du nicht weg, wo wachst du denn, blöde Eingang? Und ich musste so schnell weg jetzt hier, war hier irgendwo, das weiß ich. Nee, nee, du musst hier irgendwo gewesen sein, das weiß ich. Nicht weg. Ja. Hallo? Du? Du schöne? Naja. Mann. Guck mal, da sind die Biester, die mich bei der Angegriffen haben werden. Das darf nicht wahr sein, ich fände mein Eingang nicht mehr. Hallo? Du auch? Mhm. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ja. Nee, das grüßchen Schnee biete gewesen sein, das weiß ich. Oh, das kann doch nicht so weit weg sein. So, hier ist mein Dorf. Hä? Hallo? Hallo? Hallo Schwein, boing. Ich verstehe das einfach nicht. Ich bin hier oben und ich bin hier oben und ich bin hier oben und ich bin hier oben mit dem Wasser. Ganz schnell. Nach Hause hier ran. Äh, raus hier ran. Das weiß ich. Ich finde es nicht mehr. Vielleicht irgendwann ein Zufall. Ich bin hier oben. Gut, dann geh wir erstmal nach Hause. Hallo Schwein, ich bin hier hinten nicht sehen. So, ein 100 Eier schafft, Leute. Weihnachtspakete, Weihnachtstäume, alles klar. Mein Zuhause, mein Zuhause, uhuhu. Nur ich finde den Himmeleingang nicht mehr. Leute, ich bin froh, wenn ich hier zuhause bin. Könntet mir glauben. Drei Tage unten geblieben. Äh, fast fünf Tage unten gewesen. Wo siehst du lustig aus? Na, lieber Bäumchen, ich bin auch wieder da. Na, hallo, guck, hallo Schweinchen mit Kronen. Und wer bist du denn, hm? Hm, keine Ahnung. Ach, Gott sei Dank. Leute, ich bin zuhause. Juhu. Was wir denn machen tun? Näher später, wenn wir wieder hier sind. Genau, mein Lager muss ich ausbauen. Ja, irgendwo muss ich gerne meine Sachen hinpacken. Genau, so. Wir sind jetzt wieder zuhause. So, ich kann mal gucken, wie mein Zuhause wieder aussehen tut. Oh, hier müssen wir jenste Menge machen. Oh, endlich. Mein schönes Bett und da nicht laufen. Äh, eine Kiste. Aua. Hoppala. Ach, ich bin froh. Ach, total leer. Ist das süß. So, Leute. Aber ich geh mal auf den Balkon. Hab ich auch irgendwo auf den Balkon? Oder hab ich irgendwie... ...ne schöne Terrasse. Ja. Oh, ist das herrlich. Endlich wieder zuhause. Oh, ist das schön. Oh, ist das herrlich. Oh, die nächste Tour wird bestimmt erst mal keine Höhlen-Tour mehr sein. Äh, äh. Da wirkt irre. Leute, da wirkt wirklich irre. Gut, Leute. Mal langsam mal Schluss. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Nessi Zucketier. Tschüss. Tschüss.